So liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge CISCO immer noch mit dem Geeks, dem Schnitzel und dem wo denn? Ach da, hier mit dem Justin Hallo Ich bin gerade noch richtig Ich wäre für B oder für A Ja komm mal da oder für ein Wirtlokal jedes Mal Wenigstens bist du deutsch Hast du gar gesagt Türke? Ich hab keinen Nein Bitte Ruhe, bitte Ruhe AHHHHH Fuck, ich hab gedacht, dass er nicht so weit weg geht Aber ich meine eher selten Ich hab auch einen Freund, der ist auch so Silber 1 über 2 und das ist halt, da verdient man halt auch nebenher noch ein bisschen was, weißt? Also da hast du vielleicht halt so ein Spiel pro Woche oder pro zwei Wochen halt Und du spielst halt auch gegen Leute, die halt auf deinem gleichen Rang sind, weißt? Sorry, 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 sorry Also das ist halt vielleicht ne Idee Na ja, ich weiß nicht Ich glaub, die meistens nehmen das zu wenig ernst zu spielen Was machen die? Nehmen es zu wenig ernst Was? Hä? Denny nimmt das Spiel auch noch nie ernst Wir fahren da schon gar nicht Ja, aber Weißt du, ich würd halt sagen, wenn wir Wenn wir halt, weißt du, was dabei wären, machen wir noch ne Echo? Ja Okay Ich würd halt sagen, weißt, wenn wir halt Go, go be please Ist ja auch da einfach so Ja Ja, ich Weißt, ich würd halt sagen, dass Danny auch sicherlich richtig spielen wird, wenn wir Wenn's halt um was gehen würde Ja, um was geht's da schon Ja, du spielst halt wie ein richtiges Turnier, verstehst? Ja, ich weiß schon, was ESL ist, aber ESL kann sich jeder Voll-Depp anmelden Oh Ah, sorry Scheiße, wenn ich noch jemanden Team-Shard zufüge, werde ich rausgekickt Ah, Gott Ich hab noch kein Frack Ja, ah, ich bin nicht mal der Ist doch voll, ist doch gut, wenn sich da jeder Voll-Depp anmelden kann, dann Ja, aber Ja, aber Ja, Schnitzel, hast du da eher was dagegen, weil du dann, weil dann auch so Lows dabei sind, oder? Äh, nein, aber Wir müssen dann immer ein Voll-Team haben Das ist schwierig Oh, Gott, wie ist das? Oh, Gott Kann man da nicht mehr Mehr löten als gefilmt ins Team? Wie würde das jetzt nicht sagen? Äh, doch, doch, sicher, aber Trotzdem, es wird Also, ich mein Am Wochenende ist auch nicht immer jeder hier Ja, klar Aber Es wäre halt ne Idee, wenn wir halt genug wären Wenn wir zum Beispiel Wenn wir zum Beispiel Zehn wären Okay Ich hab ne allgemeine Frage Ja Warum diskutieren wir das in der Aufnahme? Keine Ahnung, weil ich sonst kein anderes Thema hab zum reden Und das ist mir halt gerade so eingefallen Ja, ist eigentlich ein gutes Thema Okay, weiter mal Und weil wir, weil ich eigentlich nie ein Re-Thema hab Ah, okay Besser Bei der Multiplayer sollte man ja auch nicht so Achso, aber Schlitzel, wie meinst du denn mit, ähm, was ich meine Keiner ist jedes Der wartet mit AWP da Keiner ist jedes Wochenende verfügbar Achso Achso Dass du immer fünf Leute hast Das ist schwierig Eben Na klar Ja, und deshalb bräuchte man eigentlich Irgendwie zehn Personen Ja, eben Aber das ist auch scheiße, wenn man irgendwie Wie? Ey, der hat an Ne, warum? Der hat mich vorhin auch schon gefühlt Einfach um die Ecke gelaufen und hab mich direkt so Wo ich Posey geändert hab Der schmeißt rein Dieser Ignitsch Ja, okay, der hat 31 Stunden Ich hol mir AWP Ja, gut Na ja, ich weiß nicht Vielleicht wär ich dabei, aber Ja, müsste man halt mal reden, wenn wir ein bisschen mehr da sind, weisch? Ja Meine Paddy, der nehmt Also der hat sowieso manchmal Keinen Bock Ja, wir müssten sowieso auch üben und so Ja, eben Ruhig, 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 bitte Ist ein ESL Ist das denn auch auf die Ranks abgestuft? Ja, ja, klar Das heißt, wenn du ESL machst, also wenn wir jetzt dann zum Beispiel einsteigen Dann würden wir natürlich gegen Leute spielen, die, ich sag mal aus, Silber 1, Silber 3, Silber 3 sind, weisch? Ja, ich hab auch mal mit, ich hab auch mal Battlefield 4 ESL gespielt Schon, ja Ja, wirklich Ja Ja Ja, okay, gib mal AWP Was sind die? Ja Ein halbes Jahr oder so Aber das hat's vorhin gesagt, weil Ja Ich kann da nicht durch jetzt Ja Nee, das steht AWP Ich versuche mal von hinten zu kommen Ja, ich auf Steps Beide haben grad Pistole rausgezogen Ja, GB, GB, GB X, X in der Ecke GB, GB Fuck Let's, uh Jesus Nice Ja Oh, Mann Thank, thank you Thank you, thank you Thank you Eh, I would say A Ehm, du weißt, SDR Deutsch Oh, du bist A Eh, du bist A Gott, du bist Deutsch, meine ich Weil Bibala 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 ist dann Ähm, von Vibonato Und der ist ja Deutsch Ja, okay Da hab ich am Anfang der Grundeinbaut Ja, natürlich Natürlich Fuck War das schlecht War es auch Nee, komm mit dir nicht an Oh, Mann Der Typ hat nicht hingeguckt, Alter Ja Äh, Schnitz... Nee, ist nicht dein Doch Ist das dein Account? Dein Main-Account? Nee Nein Cool Äh, äh, Kiks, du bist äh, NIP-Fan Ja Sorry Hab ich gerade super lange überlegt, was das ist Wow Wo war der denn? Nein, ja War der ist ein guter Job Aber nicht so ein Arco-Fan wie jetzt zum Beispiel Schnitzel-Fanatic-Fan ist Alter Pibala hat jetzt aber lange gebraucht, bis er Boah, diese Flash, die macht's jetzt so aus Boah, diese Flash, die macht's jetzt so aus Ich bin einfach klar, dass er genommen wird Doch hat der Schatz Aber er ist da, wenn du da, äh, ja Nein, geh mal, nein, geh mal, nein, ja Sneaken, sneaken, geh da, sneaken und geh da rein Ach nee, du hast Bombe, dann geh B Geht's da rein Bin im Kopf Nein, er soll B gehen damit mehr Geld bekommen Okay Nimm Snife in die Hand und Rush Geh B Und fang Jetzt Richtig An Gut gemacht Und jetzt geh hin, geh, wieder links, wieder links hinter die Oh, ja Einfach bleiben Einfach bleiben, auch wenn er weiß er wo du bist Ja, jetzt weiß er streckt wo du bist Gehen das Toilettenhäusern Da hat's doch ein, so ein Toiletten, ne Na, wenn die, die Smoke geht gleich weg, dann zieht er dich da, der steht bestimmt hinter der Smoke Ja Ja Ein bisschen höher ihm Rechts, 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 rechts Der, der Typ Er hat nur fünf Leben Er hat nur fünf Leben Der Love is real Boah, geil Nein Wieso schreibt er das in den Ich würde sagen, mal wieder B Geh Bi-Baller Bi-Baller, wir gehen jetzt B Wir gehen jetzt B Was haben wir eigentlich bei Kopfhörer hergestellt Bei Soundausgabe, Kopfhörer 5.1 5.1 5.1 Aber ich, ich würde mir jetzt nie mehr ein 7.1 Headster kaufen Ich finde das, ne Achso, kein Logitech G5 Nicht das einzige 7.1 Headster Aber ich würde mir diese Seerzeit nicht mehr kaufen, ne Warum nicht? Weil Ich würde Alter, der Trion hat auf jeden Fall an Was? Weil nicht so gut Das ist doch gut Ja, aber es gibt ihn bessere und könnte es gewinnen Wer ist da? Ja, der ist vor dir! Der Terrorist win Sag mal, bist du blind? Ich hab den nicht gesehen, ich hab den nur gehört Was? Was ist denn du für eine Helligkeit beim Wildschirm, Mann? Los, ich hab den nicht gesehen WTF Ich hab gedacht, was macht der, wartet der jetzt bis es schön wetter wird, oder? Ja, ich hab denk, du willst ihn verarschen, oder so Ja Geht da nicht mit Knife Mist Mist Ja, Schotter, rennt dich mal, ah ne, die Schnitzen Null So, mit dem Vorbogen Also, wir hätten keine Legen sich unter dem Ja, erstmal Bombe liegen lassen Okay Ich wollte Mitte absichern Oh, zu spät Ich hab glaub ich noch keinen Frag Ne, zwei Okay Okay Das legt dann der Schucki Oh, schau Oh, schau Ja, komm Ich hab ne gewusstet, wenn ich nicht sagen Ja, geh ich auch Da waren zu viele Das war grad richtig scheiße Hahaha Das war grad richtig scheiße Ich bin jetzt noch einen mitgenommen Mal overpassing scheiße, wir können auch eigentlich diese scheiß Mapp spülen Ja, overpass Ääähäh, äääh Copblestone Ey, die Map ist nicht scheiße, die Map ist gut. Achtung, die Flasche, Gelbflasch, die Flasche. Wenig Hilfe. Bleib jetzt einfach so. Ja, ich weiß nicht, aber ich... Ich... Ah, Mann, komm ich nicht so. Digga, wo rennt denn der mit der Bombe hin? Ja, ich weiß nicht. Ma, ich will das schon nur, wenn ich AWP höre. Ja, das ist ja logisch, dass ich wieder nicht so kriege. Ich finde, das Österreich ist so geil. So ist das schon wieder geil. Hä? So ist das schon wieder geil. Äh, was macht denn hier, macht ihr kein B? Okay. So, da kann man hoch. Good. Let's camp in the tower. Ich bin im Tower. Na 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 da da. Schmeißen wir die Bombe rund. Oh, roll meine Map. Also, wo kommen wir? Jetzt. Oh, Juli, darf ich liefen mit dem Account? Und? Warum? Weil ich keine Skins hast, oder was? Nein. Weil ich keinen Bock mehr hab. Ach so, du. Äh... Ah, na. B könnt kommen, B ist frei. B. Gibt's ein 7-Tage-Band? Äh, ja. Oh, okay, dann mach ich's beim nächsten Mal. Sorry. Alter! Ja, danke! Ja, aber wär's sowieso da rumgegangen. Ja, aber nur durch den Schuss bin ich da runtergefallen. Weil ich mich so erschrocken hab. Alter, Keks. Nein, geh da nicht runter. Gib der mir ein Headdy, Alter. Und ich erschreck mich so, dass ich da runterfall. Höh. Richtig kacke, doch können sie von so vielen Ecken kommen. Äh, Yellow, why are you... Ey! Ich muss gehen, muss runter, muss runter, muss runter, 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 runter. Schafft er nicht, schafft er nicht. Sch�, kriegen. Letzis, nachdem ich mich. Da macht ihr einen Mervz. O, Bing und morgens 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 morgens, noch mit 0s bunlar. Wird Liquid. Seit ein Punkt pakkiment. den gebrochen der hat 430 stunden die 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 Du plattest die Bombe. Best Vf-Stack ever. Wo ist es eigentlich? Ah. Warte, ich flash. Keks. Ja, mach. Okay, überlebt die Bombe, die Spitz. Der hat 6 Leben. Überlebt, 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 überlebt. Scheiß Ninja-Man. Das war so klar. Was? Was ist jetzt? Ach, mach. Überlebt, überlebt. Oh, Mann. Okay. Ja, ich geh alleine mit. Okay. Jetzt kommt es mir zu. Orange. Ich leif dich. Komm her. Wido! Ja, Blau geht mal. Bombe endlich blenden. Ja, 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 ja. Alles mit seiner Zeit. Alles mit seiner Zeit. Nein. Jetzt ladet man noch gechillt nach. Und dann machen wir noch Scopes. Ja, ja, ja. Was ist das? Ja, ja. Ja, ja, ja. Lass mal Platz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich lache, wenn der die Bombe einfach diffuselt hat. Okay. Ich bin dann wieder mal im Wien, so heißt. Aha. Ich werde mich jetzt noch mit. Ja, komm. Das gewinnen wir jetzt nur. Toi, Toi, Taktik. Okay, ich gehen wir wieder b. Ich aber alle hinter mir gehen. Bitte, ich probier was. Oh Gott. Ich will was machen. Nein. Nein! Wir haben nur... Okay. Die hat Smol... Nein! 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 Die neun! Die... Die der... Zwei Mal! Zwei Mal! In der Dünne Scheine. Gott, ich will sie nicht. Schut! Ich dachte, du hättest sie noch nicht genommen. Wollst den No-Scope und hab dich dann halt aus Versehen angeschossen. somebody, ne. Ja, ähhheh. Schnitzel da oben liegt ne... ne.. ne... ne Dinsge! Ja, ne . Ach entrekele! Halft mir mehr! Jetzt... In... die Dauerei! última die Ministräte? Jetzt, Bibala! Maxabierino! Noch zwei gucken �ло, noch zweiativaances! Nein, noch zwei. サinstelle dir! Das ist der behindertste Platz, den man haben kann. Was? Wie ist Schotter vor mich gekommen? Das gegen das richtige Team schreibt die Manöver in den Team-Chat. Ja, bleib bei der Bombe. Kein Ding. Nee, du musst nicht rennen. Du wirst schon überleben. Halt dich auf. Das ist der schweig. Das ist verlehrt sogar. Ab, ab! Kann ich mit? Oh, Schnitzelpack, die Gäste. Hallo, kann ich mit? Danke! Also, rase euch den. Das war nicht ich. Da kommt sicher wieder einer bei den Fester. Da kommt sicher wieder einer bei den Fester. Wo ist der Autosniper? Ach du hast Autosniper. Äh, wo ist der Fenster drin? Wo? Wo? Äh, gelb da ist. Oh, das ist ja people. Oh, boom, boom, boom! Oh! Lockwork! Komm her, komm! Komm her, komm! Komm her, komm her! Komm her, komm her! Jetzt kommen keine Angriffe hier, gegenseitig. Nee, nee. Lassen wir's suchen. Ich will das eigentlich bestohlenes Kind kriegen. Haupt, zwei Euros, genau, und er 40 Cent. Hier, richtiger. Checker hier, ja. Ein Checker, no. Zwei Vertraub. Ihr habt K.I.A. nicht verboten. Ja, gib mein... Oh, ja. Schaback. Nee, Schlitzel, Schlitzel, geht da ab. Nee, leg, leg, leg! Wo? Wo? Ah, da! Ah, okay, gut. Was? Ja, beim Repetieren will ich auch immer auf. Bei, was? Beim Repetieren. Ja, Hex. Ja, Hex. Brassel zu, Brassel zu. Oh, ich ne Wexel. Der redet dich, hat er gar nicht in Ordnung. Bitte? Bitte? Ich hab gehört, die USPS ohne Schalldämpfer ist doppelt so stark wie mit... Ah, ha, 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 ha. Lustig, Pester. Ich weiß, ich weiß. Okay, ich glaub, die ist ein B. Ich glaub. Äh, Schotter? Ich glaub, ja, gell? Ich hab ein bisschen Damage gezogen. Aber der ist schon auf hinten. Also ich spiel die USPS immer ohne Schalldämpfer, dass... Ah! Der war einer! Da, 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 da. Dem, dem, dem. Hier ist zu, weh! Wui! Also der Sound on ist halt einfach schon für die B. Der, der da. Ich will mein Ammel, Ekko und Ekko, 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 heißt das Ekko oder was? Ekko, wo kann mich einer da hochpushen, Orange? Orange...der nicht! Orange... wer ist Orange? Toni! Huops, hol du die Hage. Hell sí! ja 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 Ballerito hat ein Schillertopf Schillertopf Wadda Bala got up Wadda Bala got up Bala got up Kampuu Oh Kup 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 Let's go There we go It's a B Mario Achtung Gelb da bin ich Gelb hört uns nicht Gelb wird uns niemals hören Und Geeks wird sterben Hey legt ihr nirgends ne Waffe oder was Hast du einen in der Waffe Da lagen ganz viele Bei mir Warum kämt ihr nicht Warum kämt ihr nicht Warum kämt ihr nicht Weil einfach so schreit Weil ich zwei Ne Das ist kein guter Grund Es gibt kein anderer Grund Als Ich bin tot Bei mir kommt's mal einfach Oh man Man stopt Play with it Ob 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 COUNTERTERRORISTS WINN! COUNTERTERRORISTS WINN! COUNTERTERRORISTS WINN! AAH! JA! NAWAL! SORCH! When is Ace? Ace time! Nooo! I don't know! Hehehe, ich hab 6900! Ok, best smoke! Ha 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 ha! This is what we trade for! Oh, ich hab einen neuen Spot entdeckt! Warum ist eigentlich nie jemand arzt, boah! Aua! Wir haben keinen Spot, Schotter zugefügt! Ne! Wir sind noch in der Aufnahme, oder? Jaja! Ok, ok! Bombe liegt! So! Einfach so! Ich hab Steps auf Mitte! Ich hab Steps auf Mitte! Who the fuck is? Ding 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 ding! Ich hab den zu lange gehört! Der ist umbrennen! Es ist 22.09! Hm? Ich hab den zu lange gehört! Der ist umbrennen! Es ist 22.09! Hm? Sag mal, spielst du mit Controller? Ja! Ja! Total me! Ja, man merkt! Ha 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 ha! You serious? Ha ha ha! Nein, gar nicht so witzig! Ich weiß nur, dass ich jetzt eine AWP habe! Und den kräfte ich nicht mehr! Ich bin eigentlich auch Konsolen-Spieler! Ah, kein Ding! Das Stessel macht nur Spaß! Oh, wir grad... Okay, ist viel... Nein, Ulla! Es ist mit den Ausländern! Also, denke ich, macht Spaß! Aber ich mein's zu ernst! Ah! Ah, weh, weh! Maaah! Ich hab den Head-Tun! Äh! Das nennt ja Neki! Wir haben einen AFK! Foh! Ah! Ja, cool! Ich bin letzter! Krass! Beste Aufnahme! Ja, sorry! Oh! Ja, gut! Och, Mann! Just did! Ja! Warum hast du Nein gedrückt? Wenn ich jetzt Ja! Achso, sorry! Jetzt bin ich wieder ran! Wenn ich jetzt Ja drücke, wird er dann gekickt? Oh! Ich mach ne Echo! Ich bin mit... What? Es ist egal! Du hast ja keine Waffe! Obwohl ich nicht weiß! Turn around! Wir spielen die Map eigentlich auch ganz falsch, aber ist ja egal! Warum wir pushen zu arg, oder? Ich bin ja egal! Ja! Ich kann mit... Ich kann mit... ... 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 auf die das bin ich es wäre knappe sache es wäre knappe sache alt ja Schatar regelt mal die sind auf A auf A ja ich bin der letzte überlebende ja ja das packst du jetzt pusht du raus links und machst alle weg loszeit auf A auf A auf A auf A auf A ja naja besser noch Silber 2 ja kickst du auch weißt du wir müssen es einfach so machen wenn ich die letzte überlebende bin den schauen dir einfach nicht zu dann machen sie es wird schwer aber können wir mal versuchen so aber sobald er hinzuschaut alle einen trifft gar nicht zu dann schließt du den control an ok 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 oh ich bin mal sehr gemüt er holt sich jetzt ein roter ok ok jetzt hab ich geschossen ok was hat der jetzt für ein problem der hat wallhack an doch cool das ist doch cool Schatar schau dir zu ich lieg den controller an mann controller nein ich spiel nicht ohne controller es war nur ein spaß überhaupt wirklich so scheisse das ist ein die aktive die aktive i habe so ein das stelle die sensibilität auf ganz abe ich habe gerne mal es dem was es bei mir trotzdem nicht bringt auf ganz abe hey ist das ein kribbel schweizer ein kribbel deutscher es ist ein mischling Ja, die Sprache wurde vergewacht. Juli, wenn du einen Giga siehst, will ich, dass du einen Schuss abgehst, dann 360 Grad drehen, wieder einen Schuss, 360 Grad drehen, wieder einen Schuss. Oder du machst einen 1.800 oder 2. Oder du machst einen 1.800 und gibst drei Schuss auf einmal ab. Da kommt einer. Guck mal, keiner von uns ist positiv. Vor allem dieser Master of D, wer das soll immer sein. Positiv. Du. Aber das Positiv am Negativen ist, dass man nicht positiv ist. Aber das, wie jetzt die Witter daran ist, dass die es einfach abkackt. Mann, ey, ich krieg immer Headshots. Ich will nicht mehr leben. Nein, Mann. Gleich wie der Kollege da, der kriegst du immer Headshots. Oh, Schnitzel mit Mag7. So, ich schau. Ansonst, wenn er so einen Spieler sieht, der Mag7 kauft, sagt er dann immer in die Voice, Why the fuck were you MP7, äh, Mag7? Nein, 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 nur auf T-Seite. In das Toilettenhäuschen. Oh. Find contact. Wow, 1 HP, krass. Wollte mich anfurzen, oder? Wollte mich anfurzen, oder? Raffesstoße. Oh. Ist das genug? Mach's eigentlich gut. Und defuse die Bombe. Go, go, Powerade. Guck mal, der Typ, der kommt nicht mal guckend auf mich um die Ecke, alter. Ja, der hört nicht an. Du hattest 1 HP. Ja, aber trotzdem, der Typ guckt nicht zu mir und dann... Ja, gut. Ja, dann scheiße, ne? Dann ist natürlich Dunkelopter. Ja, dann ist natürlich ganz brillig. Jetzt, ähm, Juli, jetzt bekommst du ganz viele Abos und Ausrufe, weil Schweizer dabei sind. Okay. Hä, was hat das jetzt für eine Logik? Mach den Tag. Mach den Tag rein. Wo ist das Spritzer? Das hätte ein neues Format geben. Schweizer Spritzer. Schweizer Spritzer. Schweizer Spritzer. Schweizer Spritzer. Schweizer am Spritzen. Ja. Chatter! Oh, üble Reaktion. Oh, ne, 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 schau dir gar nicht zu. Chatter! Was tut's? Oh. Da ist einer! Na, was ist ein Bi-Baller? Rette mich mal Fridu! Spastenkind. Was, 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 was ist ein Idiote, Zasrana? Das ist der Italiener. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Woah. Leut. Dem sein Profil könnt ich nicht angucken. Leit param. Alles klar. Wenn's hätte dann verschockst dust. Hä hä hä, hä hä. 蜂蜂蜂蜂 Pret the beats English. What? signed rei.p, hä 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 hä. Aberich hat nein结end Blue Crash a... Er ist da oben. Das war die Bohemian-Feier, Alter. Alter, Justin, ich mag dich. Links, links, links! Alles links, den Kopf vorbeigehen. Meine Awe. Meine Awe. Meine, meine, meine. Ja, wer? Ich. Schnitzel, 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 schnitzel. Ich auch. Ich auch. Hey! Ich mach jetzt, ähm, achso, an alle die da gerade. Hey! Jetzt seht ihr, feste Deagle-Aim. Aua! Ich hab dich gar nicht attackiert. Was die Welt je geschehen hat. Aua! Oh! Oh! Seht ihr? Der wurde angehört. Hahaha! Weil ich jetzt jump auf. Damit ich der WP hab. Ich hab auch gleich versteh'n. Ich hab' auch gleich versteh'n. Ich hab' ihn heut' schon krieg'. Ich hab' die Taktisch, als sie dich. Der Baum läuft blau mit mir rum. Ah! Nicht, weil er die mag. Ah! Hm, das ist so schwul. Blau, geh' mal vor. Okay! Nein, nein! Kein Problem. Nein! Kein Problem. Das hat die Zuschauer so lustig aus gesehen. Hate this game! Lol der ist bei mir, der ist bei mir. Der kommt Mitte. Mitte, 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 Mitte! Aaah! Wo ist die Bombe? Nein, gewinn doch nicht! Gut gemacht! Schlüsselweh nicht mehr! Oh! Was? Hate this game! Hate this faszinierend. Schreibt hier nicht. Oh, guck mal her. Master of D, bitte etwas kaufen. Weißt du, eigentlich könnte ich dir einfach ein Headshot geben und würde gewandt werden. Aber es wäre ja scheißegal, weil es nicht mein Account ist. Yay! Also! Moment, euch macht die Scheine aus! Nein! Sofrenschu... Nein! Hör auf! Deploying Flashbang! Äh, die sind alle B. Flashbang! Ach, nein! Irgendwas hat auf mich geschossen. Ja, der da. Wo kommt denn der jetzt her? Wie kann... Jetzt mal ohne Spaß, wo kommt der her? Wir haben Mitte abgedeckt, wir haben... Hä? Wir haben... Wir haben... Nee, Mitte... Wir haben... Schnitzel, ich hab... Ja, Schotter hinter dir. Ja, okay. Schnitzel. Schnitzel, jetzt ist eh vorbei. Außerdem... Warte, Schotter, nimm die Awe und jetzt zeig mal deine Skills. Zeig mal deine Skills. Komm, komm. Da liegt ne Awe. Nimm die Awe. Nimm die Awe. Nimm die Awe. Und jetzt zeig deine Skills. Aber du weißt, auf PC hast du ne Controller keine Zielhilfe. Jetzt... Die haben auf B geblendet. Boah! Jawoll! Sehr gut! Nochmal! Nochmal! Jawoll! Jawoll! Der hat den Deckel! Ich glaub, die Gruppe dich für stolz zu verheben. Der hat 33,8. Wir haben schlecht gespielt, ne? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Du bist stolz, gell? Ja, ist so. Ja, okay. Kann man lassen. Kann man lassen. Kann man lassen. 33,8. Kann man lassen. Kann man lassen. Der Tarist ist der Controller. Ey. Was? Ey, bei mir steht jetzt, um einem Spiel beizutreten, wird Steam benötigt. Ja, aufgabe ist doch nicht zu Ende. Ja, gut. Ich bin so nicht hochgeladen. Ich sag jetzt einfach Nigger. Nigger. Ja, das ist mir egal. Du kannst auch Nigger sagen. Das ist mir auch egal. Ja, gut. Was? Ich hasse Schwarze. Was? Du bist ja ein Schweizer. Also. Das war's hier für diese Folge. Danke. Wir spielen nie mehr Couplestone. Und ja. Tschüss. Geht. Es 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 geht.